Hallo, ich bin Markus von der Firma Schuhkeller aus Ludwigshafen. Willkommen auf unserem Kanal, hier unten CD-Glocke. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert und natürlich freue ich mich auch über Fragen, Kritik, Anregungen in die Kommentarspalte oder an die Info at schuh-keller.de. Ihr habt es vielleicht auch schon beim Probieren, beim Bergschuhkauf gemerkt, es ist gar nicht so einfach, einen Schuh zu finden für enorm breite Füße. Und hier hat Meindl mit seiner Komfort-Serie eine absolut tolle Messlatte gelegt. Das sind Schuhe, die wirklich auch für enorm breite und weite, voluminöse Füße gedacht sind. Achtung, oftmals werden diese Schuhe auch verkauft an Schuhe mit Halux, aber wenn der Schuh eher schmal ist, davon halte ich eher wenig. Man hat zwar das Volumen, aber später kann es Probleme geben mit der G-Falte. Deswegen immer ausprobieren, was für einen das Ideale ist. Ich spreche jetzt wirklich über volle, über voluminöse Füße. Ihr wollt wandern gehen, ihr wollt in die Alpen gehen, vielleicht auch mal eine Mehrtagestour gehen. Und was kann ich euch hier anbieten? Also wir haben eine große Auswahl an Schuhe der Meindl Comfort-Serie mit Halbschuhen bis hoch über knöchelhohe Schuhe. Und da wird es sogar bald noch Schuhe geben, die in den bedingt steigeisenfesten Bereich reingehen. Deswegen gerne bei uns vorbeikommen, wenn ihr kräftige Füße habt. Ich fange mal an hier mit dem Adamello. Ein Schuh, der ohne große Nähte auskommt, also absolut hochwertig gemacht ist. Nubuk-Leder, also Rindleder der ersten Schicht der Haut, angeschliffen ist. Ein Geröllschutzrand hier vorne, aber hier immer noch genügend Anpassungsmöglichkeit. Metallösen, eine gute Schnürung mit Tiefzughaken, mit Digafix-System von Meindl für einen guten Fersenhalt. Ausgestattet mit der Gore-Tex-Membrane, wiederbesohlbare Vibram-Rofilsohle mit hervorragendem Grip. Und eben auch das herausnehmbare, hochwertige Meindl Comfortfit Fußbind. Also das ist ein Schuh, der zum langen Laufen absolut hervorragend geeignet ist für mittlere Touren in den Alpen. Und eben diese wirklich komfortable Weite hier von der Comfortfit-Serie von Meindl. Ihr wollt mehr machen, das soll vielleicht auch mal ein Klettersteig möglich sein, dann habe ich hier für euch den Meindl Adelago. Auch hier ein Schuh mit Gore-Tex, hochwertiges Velour. Ich finde ihn auch von der Optik ein gelungener Schuh. Das heißt, immer wenn ich einen Komfortschuh habe, dass der noch langweilig ausschauen muss. Sondern hier habe ich einen leichten, hochwertigen Schuh, der trotzdem ein enormes Potenzial an Komfort, an Weite bietet. Gore-Tex-Membrane drin, wiederbesohlbare Meindl-Profilsohle. Und ja, vom Gewicht her interessant. Also wirklich ein toller Schuh, der eben auch mal für den Klettersteig geeignet ist. Und wenn ihr bisher immer Probleme mit der Weite bei Schuhen hattet und euch mit manchen Herstellern auch die weiten Schuhe nicht gepasst haben, dann solltet ihr auf alle Fälle hier einen Schuh aus der Meindl Comfortfit-Serie probieren. Wirklich nach meiner Erfahrung eine der weitesten Serien, die es in dem Bereich gibt. Bei uns findet ihr eine große Auswahl, entweder auf der Homepage oder auch bei uns im Laden. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Hilfen braucht, gerne anrufen oder eine Mail an die info.schuh-keller.de. Zudem neu bei uns, wir haben einen Newsletter, den wir viermal im Jahr verschicken. Und hier könnt ihr euch auf der Seite schuh-keller.de einfach eintragen. Wenn ihr also neugierig seid, was es Neues gibt, wenn ihr über neue Videos benachtet werden wollt, dann gerne unseren Newsletter abonnieren. Ich freue mich.